Willkommen zu den Vivi News. Heute schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für den kommenden Tazan NFT Drop auf Vivi. Außerdem gibt es die Drop Details für den kommenden Comic Drop von Marvel auf Vivi und wir haben auf jeden Fall von Disney weitere Resort Poster Collections. Das sind wir für mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin StyleCaptain, da in Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du da draußen definitiv keine Videos mehr von mir und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem Tazan NFT Drop, der nämlich am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird und das Ganze wird mit einem Collectible droppen und das Ganze wird außerdem animiert mit Sound sein und die Animation mit Sound schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal ganz genau an. Als allererstes erstmal die Drop Details, Listenpreis wird an dieser Stelle 60 Gems betragen, was meiner Meinung nach ein bisschen zu viel ist. Ansonsten Edition Size 2400 Stück, das Ganze wird eine Ultra sein und eine First Appearance, jedenfalls auf Vivi sein. Es gibt aber tatsächlich schon lizenzierte Collectibles auf einem anderen Projekt, das Virtual Raw heißt. Dementsprechend ist es insgesamt auf den Blockchains nicht die First Appearance, sondern wirklich nur im eigenen Ökosystem. Die Animationen plus Sound lässt meiner Meinung nach auch teilweise jedenfalls zu wünschen, jedenfalls was den Sound angeht, aber hört selbst. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich persönlich ist das auf jeden Fall nichts, was ich mitnehmen werde. Der Sound ist nicht gerade schön und gefühlt ist alles an diesem Collectible besser geworden als der Charakter selbst. Ja, aber nichtsdestotrotz, schreib mir sehr gerne unten in die Kommentare, wie deine Meinung zu dem gesamten Collectible ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall das nächste an. Und das nächste wird das nächste Marvel Comic sein, und zwar nämlich hier mit Vision and Scarlet Witch. Und das Ganze wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra Cover. Und das wird außerdem die First Appearance der Kinder von Vision wie auch Scarlet Witch beinhalten. Unter anderem werden wir eine Edition Size von gerade mal 5000 Stück bekommen und einen Listenpreis von 7 Gems. Also deutlich weniger auf jeden Fall als bei dem letzten Drop. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob du den jetzt Job mitnimmst oder nicht. Für mich persönlich ist es jedenfalls kein Job, den ich mitnehmen werde. Einfach aus dem Grund, weil Go Collect hier einfach keine schönen Daten bietet. Das Ganze sind keine teuren Comics, dementsprechend für mich ehrlich gesagt ein Skip. Ansonsten bringt Disney jedenfalls aus dem Tomorrowland Resort weitere Poster raus. Und das nämlich am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt mit vier weiteren Postern. Und die sind auch in der Vergangenheit relativ gut angenommen worden. Das ist zum Beispiel schon ein Poster, was wir definitiv sehen werden. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Poster insgesamt ankommen werden. Das Ganze wird wahrscheinlich einen Listenpreis von etwa 30 Gems betragen. Für alle Leute, die außerdem noch kurz vor dem Payout-Stopp ausgezahlt haben, gibt es noch ein kurzes Update. Und zwar wurde das Ganze nämlich nicht weiter durchgeführt von Wire. Warum auch immer, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hoffe, dass sich auf jeden Fall das Ganze hier noch klären wird. Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass alles spätestens nächste Woche da vielleicht eine Lösung gefunden wird, dass es dann doch noch auf euer Bankkonto kommt. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich die Gems wieder auf euer Konto erhalten. Und als letztes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz den Omikus an, wo der aktuell steht und zwar nämlich momentan bei 0,00074 US-Dollar. Insgesamt gerade 2,3% in den letzten 24 Stunden im Minus. Insgesamt gab es nochmal einen relativ guten Pump hier hoch von den 0,00070. Das ist aber tatsächlich, wie ihr auch schon seht, nicht kein wirklich nachhaltiger Pump gewesen. Wir haben hier wieder eine Korrektur gesehen und sind jetzt eigentlich wieder mehr oder weniger auf dem Weg nach unten. Ja, ich bin momentan ehrlich gesagt, was den Omi-Token angeht, relativ negativ gut stimmt. Ich persönlich kaufe jedenfalls momentan nicht nach. Wenn man sich das Ganze auch mal anschaut, in einem Jahr 74% im Minus. Ja, das tut einfach schon ziemlich weh. Und wenn man sich vorstellt, ich persönlich habe halt vor über einem Jahr in etwa auch schon relativ viel in Omi einfach investiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Portfolio momentan aussieht. Deswegen warte ich momentan ehrlich gesagt noch ein bisschen. Für mich müssen ein paar Faktoren einfach kommen. Und dann werde ich auf jeden Fall auch wieder bei Omi mehr einkaufen. Bis dahin braucht das Ganze halt einfach noch ein bisschen Zeit. Aber schreib mir gerne in die Kommentare, ob du nachgekauft hast. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen und wichtigen Web-News, die du hier draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.